Und da sind wir auch schon wieder. Ab geht's. Zurücklehnen und genießen. Ey, Mann, dein Vogel tickt. Ich würde ihn mal zum Arzt bringen. Es ist ein muslimischer Piepmatz. Oha. Ah, wen haben wir denn da? Wer kommt denn da hereingeschlichen? Oh. Das war mein muslimischer Piepmatz. Eiskalt. Eine Lady. Lass sie uns willkommen heißen. 47, ich bin's. Diana. Was machen Sie hier? Ich musste mich reinschleichen. Wir sind von Spezialeinheiten umzingelt, die gleich eindringen werden. Ich musste Sie warnen. Noch können Sie fliehen. Ich habe einen Plan. Mhm. Hey, hey. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Sie haben hier nichts zu gewinnen. Und hätten das Land längst verlassen können. Das Land verlassen? Wir haben es mit dem Franchise zu tun, 47. Grenzen interessieren die nicht. Sie sind meine letzte Chance. Sie kennen meine Spritze. Würdest du die Spritze bitte weglegen? Verstehen Sie es nicht? Sie müssen gegen Sie kämpfen. Aber allein haben Sie keine Chance. Ach, wirklich nicht? Wir sterben alle mal. Lesen Sie. Es ist ein riskanter Plan. Äh, hinter dir? Au. Tut mir leid, 47. Das war der einzige Weg. Sie hätten sonst gekämpft und verlor. Sie verschaffen mir eine weitere Nacht. Aha. Aua. Ah, genau. Genau ins Schulterblatt. Das ganze Gift in den Knochen gespritzt. Wir haben fünf Minuten hier vorher stirbt. Also beeilt euch. Na toll. Wir wurden verkauft und verraten. Und das noch nicht mehr für einen guten Preis. Es hat richtig Spaß gemacht. Gut gemacht, Diana. Sie haben mein Vertrauen verdient. Willkommen im Franchise. Diese Bitch. Wir werden schon einen Platz für Sie in der Organisation finden. Eine Frau wie Sie verdient eine sehr spitze. Eine spezielle Rolle. Wirklich. Äh. Um... Wie speziell genau geht es hier? Dieser Mordanschlag war das wichtigste Thema seit dem 11.9. Und Sie erwarten, dass ich glaube? Ich erwarte überhaupt nichts. Nur, dass Sie Ihren Augen glauben. Mhm. Das Band beweist, dass er kurz vor dem Anschlag im Weißen Haus gewesen ist. Ich will verdammt sein. Wird das Klonen nicht verboten? Sind wir alle verdammt. Wer hat ihn getötet? Das ist der größte Witz des Jahrhunderts. Er ist die Mauer runtergefallen. Und hat sich auf den Felsen das Rückgrat gebrochen. Was? Sind wir denn das? Der beste Killer der Welt ist also quasi in den Tod gestolpert. Toll. Wie haben Sie ihn identifiziert? Seine DNA enthält Signatursequenzen der fünf Männer des Ortmeier-Projekts. Es ist biologisch unmöglich, dass jemand außer dem Ortmeier-Klon diese DNA hat. Und ich kriege das alles exklusiv. Noch ein paar Andenken. Wir bewundern Ihre Objektivität, Rick. Danke. Keine Ursache. Und ein Abschiedskuss. Wir müssen zum Kaplan. Ich möchte mir gern die Asche von Mr. 47 ansehen. Kaplan! 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 Und das war's. Die Credits. Können uns noch ein bisschen hier oben sehen. In die troffenen Gesichter blicken. Ja, der Mann sieht wirklich sehr betroffen aus. Und der ist der Reporter. Wie er so betroffen in irgendeiner Ecke. Gibt's dort hinten was? Ah. Die letzte Weihe. Was ist alles? Okay. Ich werde dann mal das Mikro abschalten. Und noch weiter dieser tollen Musik lauschen. Ich liebe das Ave Maria Lied hier. Bis zum Ende der Credits, nehme ich mal an. Not twice. Oh. Oh. Hallo. Oh. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.